Der Pupel Ein Pupel hat sich einst verirrt, in einem Wald von Nasenhaaren. Er war darum schon ganz verwirrt. Da kam ein Finger angefahren. Der Pupel rief, Hurra, mein Held, hol mich raus aus diesem Wald. Nimm mich mit in deine Welt. Hopp, hab mich schon festgekrallt. Der Finger dachte, hab ich dich und zog den Pupel vorsichtig langsam aus dem Nasenloch. Da freute sich der Pupel noch. Doch kaum war der Pupel frei, kam ein Daumen schon herbei. Und der Daumen dachte nur, dieser Pupel braucht Figur. Der Pupel wurde nun gegriffen, gedreht, gerollt und inspiziert und am Ende rund geschliffen, unter einen Stuhl geschmiert. Da sagte unser Abenteurer, das wird ja immer ungeheurer. Meinen Ausflug in die Welt hab ich mir anders vorgestellt. Er fing schon fast zu weinen an. Da sagte einer. Hallo, Mann. Und als der Pupel um sich sah, waren alle seine Freunde da. Junge, alte, kleine, große. Trocken oder auch mit Soße. Lauter Pupel hingen da. Manch einer schon seit letztem Jahr. Hi, das gab ein Freudenfest unterm Stuhl im Pupelnest. Wie froh nun unser Pupel war. Vielleicht hängt er ja heute noch da. Sieh doch mal nach. ... ... ... Vielen Dank.